Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaffformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Aber ob die Gefahr hin, nicht zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgehoben. Wir müssen so früh... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sacken Sie, Bosse, besser kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosem, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Wir müssen Kräften, mein Führer. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft nur mal zehnfach. Wink! Ich soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ich will es lieber einfach nur den Schutz wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg in der Krieg ist, der Aufbau kann schon nicht mehr. Hey! Hey! Die Russen steckt 5 km von Stadtkampf! Das war's für mich. Ich bin ein Schuss, ich bin ein Schuss, ich bin ein Schuss. Merrye Christmas! Ich bin ein Schuss, und ich bin ein Schuss. Die Säge sind immer wieder von Forderen. Ich soll nur noch eine Wüste vor. Die Säge sind immer wieder von Kierbach. Haben Sie noch? Die Säge sind 12 Kilometer von Baten. Statt, Schöne, Schöne! Das war's für mich. Wir passen uns an einer Eisenbahnfahrer, Kölbe, die Ohne ab! Was ist los? Woher fangt ihr Scheiß allein? Bugsatz Siehst du ohne Ehren! Reisen Sie mir, Fergelein! 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 Hey! Hey! Hey!! Start! Okay! Wierd Quater Werden Sie sich mit ihr? Werden Sie sich mit ihr? Sie kommen aber noch. Ich habe die Schmunkrein aus. Warum? Das ist der schlimmste Verrat von einem! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Egal! Wir werden nicht mehr! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Wir werden nicht mehr! Wir werden nicht mehr! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Herr Altitzitz! 22. Ich bin klar! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Aber diesem Befehl werde ich nicht befolgen! Ich bleibe an der Seite des Führers! Bitte! Frau Lohin! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen!